Drei Dächer, zwei Bände haben wir. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, war da in die Richtung. Oh, wir müssen was trinken. Das sieht ganz schlecht aus gerade. So ein Drittel haben wir noch. Da kommen ein paar Fasern noch. 11, 14, sehr gut. Uh, 29, geht doch. Wenn ich die Sachen anpflanze, wachsen die dann auch wieder nach? Oder wenn ich die dann einmal abgeerntet habe, ist dann Feierabend. Könnten hier vorne noch so ein Pieke-Ding hinstellen zwischen Baum und Stein, wenn das funktioniert. Das müssen wir mal bei Gelegenheit machen, wenn der Rest hier wieder fertig ist. Klappt das? Ja, Gott sei Dank. Wunderbar. Okay, Wände haben wir genug. Jetzt müssen wir mal wieder auf die Tastatur gucken, ob welche Tasten ich das gelegt habe. Acht. Okay, einer noch. So. Wie viel brauchen wir denn eins? Oh, doch, wir brauchen mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Dächer. Das ist nicht ohne, das ist echt eine ganze Menge. Okay, ich dachte, hier steht jetzt vielleicht, wie viel da noch Platz drin ist, aber steht auch nicht. Das können wir dann mal rauspacken. Die heute bräuchten wir nicht. Da wird man schon mal wieder ein bisschen was an Gewicht sparen. Ach, ganz wenig nur. 0,3 war das an Gewicht. Was schleppen wir denn mit uns rum, was so viel wiegt? Verstehe ich gerade gar nicht. Ein bisschen Fleisch können wir mal futtern. Gut, die paar Steine hier. Können wir mal ein bisschen was herlassen. 43. Okay, hier sind natürlich eine ganze Menge Bären dabei. Da können wir eigentlich auch mal wieder ein paar wegfuddern. Das stimmt schon. Naja, gut. Okay. Warte jetzt. Zack. Schade, dass es halt echt ohne Fenster ist. Ich denke mal, das kommt später auf jeden Fall noch dazu. Ich gehe jetzt erstmal Richtung... Obwohl, nö, brauchen wir nicht. Wir haben einen Haufen Bären. Da futtern wir erstmal die ganzen Bären, die wir noch dabei haben. So, ich möchte mal kurz was gucken. Oh, da ist jemandem was runtergefallen. Entschuldigt. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Mir ist es nicht runtergefallen. Nur so am Rande. Okay. Was haben wir gesagt? Sieben oder acht Dächer. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was zum Abholzen jetzt hier. Können wir mal hier unten wieder. Aber ich rande in die andere Richtung einfach. Unser Fleisch geht gerade kaputt. Wie lange hält denn das noch durch? Ach guck mal. 20 Minuten hält das noch durch. Das ist ja super. Schmeiß ich hier direkt mal hin. Wir brauchen echt viel Holz, ey. Aber ich muss sagen, es geht trotzdem noch. Also, was ist das? Ach so, so ein komischer Schweinebärmann wieder. Können wir gleich zwei herstellen? Nö, natürlich nicht. Ach, einmal Holz fehlt. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Die Spawnrate von diesen Bäumen oder diesen kleinen Palmen, die sich scheint auch nicht allzu hoch zu sein. Also ich muss sagen, es ist eigentlich vollkommen in Ordnung so, wie es derzeit ist, das Spiel. Ich weiß ja nicht, wir sind ja gerade mal Level 14. Verdammt. Wie das halt später ist. Was man da dann vielleicht alles so braucht oder mit dem Metall oder dieser Arzt, die man dann erkunden kann. Keine Ahnung. Da sind wir, denke ich, noch eine ganze Weile von entfernt. Jetzt dürften wir aber zwei herstellen können. So, drei haben wir. Wunderbar. So, ich denke, spätestens, spätestens, wenn wir das Dach fertig haben. Oh, da kam viel raus. Geile Sache. Dann haben wir auch das Level 15 endlich. Dem fieber ich ja schon eine ganze Weile entgegen und dann halt erst das nächste Zeug wieder alles ab Level 20. Aber es ist gar nicht so verkehrt. Bis dahin kann man, denke ich mal, fast alles erlernen, was wichtig oder allen notwendig erscheint. Die Endgram Points ausgeben. Vielleicht gibt es auf Level 15 auch nochmal zwei, drei Punkte mehr. Bis jetzt haben wir immer wieder zwölf Punkte bekommen pro Level. Vielleicht haben wir das auch irgendwann mal mit einem Patch angehoben. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht, dass es vielleicht von Anfang an ein paar mehr gibt. So, hier ist gerade wieder Apple mit Holz. Patch bräuchten wir. Wie viel fehlen uns denn noch? 60 Punkte. Wie viel kriegen wir pro Dach? Fünf. Ungefähr. So. Haben wir noch einen schönen großen Baum. Den nehmen wir auch nochmal voll mit Patch. Den Patch nehmen wir weg. Jetzt wird es neblig. Guck mal an. Auch noch nicht gesehen. Das Geräusch kann einen auch echt ein bisschen zermöhren, muss ich sagen. 39 Holz noch für die nächste. In wie viel haben wir? Vier oder so? Fünf haben wir schon. Zwei oder drei brauchen wir noch. So, das reparieren wir mal wieder. Dann futtern wir mal noch ein paar von den Bären. Oh ja. Wasser brauchen wir mal. So. Das müsste erstmal wieder reichen. Halt. Das ist echt ganz schön neblig. Das ist ja geil. Ja, das wäre so ne Sache, die könnten so verändern von den kleinen. Nicht ganz so viel. Aus dem kleinen Ding haben wir jetzt ähnlich viel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr rausbekommen, als von dem ganz ganz großen Baum gerade eben. Drei Holz. Ich habe einfach mit der Axt gegen den Stein gekloppt. Ich freue mich immer mehr. Wald Level 15. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich da drauf freue. Ja, solche Schlafsäcke oder so, müssten wir uns dann vielleicht auch mal herstellen. Dass wir uns dann vielleicht immer mal ein paar dabei haben und uns dann halt hin und her teleportieren können. Gerade wenn wir dann vielleicht wirklich mal so ne Expedition starten, dass wir dann, wenn wir einen gewissen Punkt erreicht haben, einfach so ein Ding hinlegen und uns zurückporten können. Ich hoffe, das funktioniert so, wie das angegeben ist. Noch eins. Ja, eins müssen wir dann auf jeden Fall noch machen. Sieben. Okay, sieben haben wir jetzt schon. Ja, machen wir einfach acht. Da gehen wir auf Nummer sicher. Das reicht dann, denke ich auch. Das reicht noch nicht ganz. Fünf Tetsch und elf Holz. Okay, einer noch. Unsere Hütte dürfte doch irgendwo da hinten sein. Ah ja, guck mal, da ist der ganz große, den wir in der letzten oder vorletzten Folge auch gesehen haben. So, wunderbar. Das reicht auf jeden Fall. Dann machen wir das Dach heute noch fertig. Ach, guck mal, 20 Punkte nur noch. Ah, schade. Fehlt nicht viel. Ein paar Ressourcen können wir trotzdem nochmal mitnehmen. Gibt man eigentlich auch EP, wenn man die Sachen, die man hergestellt hat, dann platziert? Oder nur beim Herstellen? Dann müssen wir mal gucken, wenn ich dran denke. Sehr majestätische Tiere, muss ich sagen. Also, ich glaube, wir sind es voll. überladen ich nehme aber das ganze holz hier einfach mal noch alles mit der einrichtung aber vielleicht auch noch mal bauen könnte sein dass wir dafür aber nicht genug ich habe natürlich keine heute mitgenommen scheiße was können wir denn noch sinnvolles herstellen noch mal eine kiste können wir auf jeden fall machen können wir dann vielleicht noch mal was anderes einfach mal reinpacken immer noch immer noch zu schwer okay uns fehlt auch ein bisschen an patch und an fadern uns ist ganz schön heiß wir bräuchten wieder ein bisschen was zu futtern quatsch zu trinken dann sammeln wir mal ein paar fasern ein dass ich noch irgendwas herstellen kann drei ja ist okay noch ein paar könnten jetzt nicht weg denn wenn uns hier ein dino entgegen kommt ich repariere das mal man weiß ja nie ich kann ja auch nicht so dumm denken wie es dann tatsächlich kommt ich weiß gerade vor schreck gar nicht was wir bauen sollen um hier euer gewicht zu sparen achso oh nice noch mal vier ein bisschen tätsch vielleicht noch ich weiß das hoch macht die situation nicht gerade besser wenn ich immer noch mehr einsammeln da kommen schon ein paar faser noch dass wir noch mal was herstellen können zwei holz würden uns noch fehlen für irgendwas anderes und dann machen wir das noch mal eine schräge bauen einfach mal noch mal eine schräge können wir dann schon irgendwo mit reinpappen oh guck mal 0,7 punkte fehlen uns noch für level 15 endlich wie viel endgramm points haben wir bisher halt 32 haben wir noch ok gut dann düsen wir mal zum wasserloch und hier hinter der kleinen hügelkuppe befindet sich dann auch unser häuschen da ist es sieht schon schick aus feuer oben drauf ja level 15 endlich geil aber ich freue mich 44 punkte haben auch wieder zwölf dazu bekommen so kommt schon pfeil und bogen 12 punkte brauchen wir dafür nämlich hierfür nur drei gott sei dank oh hier schöne hosen und so weiter ok wir haben noch 29 punkte den rest gucken wir uns dann mal an ich will erstmal schauen guck mal pfeile können wir bauen das brauchen wir für den bogen 50 fieber ein bisschen wood sammeln wir noch ich hoffe die wiegen nichts ich stelle da mal einen her ach gott das ging aber schnell doch 0,2 wiegen die naja gut haben wir getrunken und gleichzeitig aufgeladen guck mal hier wie so ein stückchen vom strand noch so ein bisschen nass ist das hier mit sich jetzt auch zum ersten mal auf jeden fall brauchen wir noch ein paar faser um uns den bogen gleich nachher zu stellen keine steine faser mit zehn stück super 11 16 reicht das nicht schon ich glaube für den pfeil haben auch ein paar gebraucht dass man auch für laden die dinge jetzt hier erstmal ab die ganzen dächer hat genau gereicht genau so dass die muss offen bleiben damit wir hier in ruhe runter latschen können obwohl doch ich lasse es offen super aber noch eine schräge geht aber jetzt hier oben alles zugemacht haben brauchen wir die für hier drin auch nicht mehr eventuell bauen die man später noch woanders hin schauen wir mal lassen wir erstmal im inventar wunderbar stellen wir uns noch den bogen her das mache ich jetzt noch brauchen wir noch mal elf fasern für fünf wunderbar noch ein bisschen holz faser haben wir gleich noch ein bisschen mehr sammeln dass wir noch ein paar pfeile bauen können und dann gucken wir noch mal die liste rein was wir uns noch erlernen können vielleicht noch mal die neuen kleidungsstücke ich denke mal dafür brauchen wir ein paar mehr heute heute genau und diese sleeping bags die machen wir uns sind auch noch klar und dann dürfte schon fast erschöpft sein die 29 punkte die wir noch über haben so ja es reicht für den bogen geil endlich dauert ein bisschen genießen war das 1053 punkte ok 150 brauchen wir jetzt schon fürs nächste ok fünf punkte mehr gab es nicht dazu macht aber nichts so sehe ich hier wie viele pfeile ich dabei habe ja 0 von 1 ok gut was braucht so ein pfeil einen ach flink brauchen wir dafür auch ok fieber 2 tatsch ach brauchen wir gar kein holz für nur tatsch ok flint dann müssen wir ein paar flints noch sammeln irgendwo abklöppeln hier ist ja genug stein da was machen wir jetzt noch ja dann können wir in der nächsten folge von mir aus gerne mal unterwegs so eine kleine runde irgendwo drehen ich brauche flint das dauert ein bisschen lange und ist sehr wenig ergiebig finde ich also da können sie noch ein bisschen dran schrauben ok doch kam da noch ein bisschen mehr raus ist auch geil wie die riesen steine dann einfach wegbrechen so ein pappmaschee gleich ist er kaputt ja und das habe ich mir gedacht ach so du bist das ein bisschen tatsch bräuchten weil ich kann explosiven stück craften und das mit dem mal anlegen das vier rennt weg krass nice drei pfeile eigentlich nur das ging gut ach so wir müssen uns ja noch ausschlachten und es regnet sehr gut oh nice nice 20 heute 23 alter was hat denn das viel dabei ich gehe gerade fest 28 heute oh guck mal wir haben unseren pfeil wieder bekommen und das ist ja nett ach das ist super ach wie mich das freut geil das schießen macht mich auch echt super ach was bin ich froh da hatte ich so ein bisschen befürchtet dass das schießen vielleicht nicht so gut ist oder so einfach das ist einfach aber vom handling her vielleicht ein bisschen kompliziert oder umständlich ist aber ne das funktioniert auch gut ich sehe gerade wir müssen ein bisschen was futtern machen wir denn noch was wie viel haben wir noch? da können wir eigentlich direkt noch mal ein paar pfeile herstellen das einzige was fehlt ist Tetsch und wir müssen uns ein bisschen aufwärmen zwei schüsse du Sackgesicht ich sehe gerade noch nichts wir müssen mal kurz diese Blindheit oder was abwarten da links unten wird es auch mittlerweile eingeblendet cool weg damit du Sack Fasern schaden keine ach hier ist ja schon die Hütte hier ist ja schon die Hütte hopplopp setzen wir uns ins Lagerfeuer ist ja noch was drin? ne was habe ich denn noch dabei? einmal Holz nur scheiße das reicht nicht für ein Lagerfeuer das ist direkt weg gegangen ist hier in der Nähe irgendwo was gespawnt wo ich ein bisschen Holz oder so herkriege auch gut wir leiden immerhin keinen Schaden wenn ich da runter springe doch hier hinten ach das ist das Ding was da oben drin steckt ich komme sogar ran so wunderbar wir müssen uns echt aufwärmen halt wo will ich hin wir sehen das Essen das geht echt wieder ruck zuck runter ok packen wir mal das Holz rein ok wir müssen uns auch aufwärmen wir bleiben jetzt einfach mal hier bis es uns warm genug geworden ist und da schauen wir dann nochmal 29 Punkte haben wir noch ok wir können jetzt hier nochmal schöne Husen erlernen neues Oberteil das sieht gut aus was hat man hier ach eine große Box ist das zum Einlagern ein Raptor Sättel das ist ja geil da könnte man so kleine Raptoren mit sehen ach so eine Wasserhahn ich habe gelesen die sind ein bisschen verpackt verpackt dann müssten wir das erstmal erlernen das ist so eine Pipe Kreuzung sozusagen was ist das hier ach so ein Verbindungsstück oder was das ist einfach das horizontal das ist vertikal und das ist eins womit ich das dann aus dem Wasser rauskriege wie bräuchte man dafür 6 15 27 Was haben wir noch Composite Bin For Converting Tetch and Dung into High Quality Ah das ist ja nett 9 Punkte ok was haben wir hier Wooden Fence Foundation geil das gefällt mir Wooden Pillar haha ok die kann man vielleicht hier auf die Ecken mit drauf packen oder Wooden Hedge Frame ah ok für so eine Client sag schon Trap Dwarfs wie heißt es so eine Fallentüren oder sowas scheint das zu sein oder oder halt mit Ausguck Leiter auch nicht schlecht finde ich auch nicht verkehrt ich würde sagen die Klamotten erlernen wir jetzt einfach mal achso 9 und 6 kam das bloß das Ding ja das können wir auch mal machen dann können wir mal ein bisschen was anbauen Parasaurus Sattel ach wir haben bloß noch 5 Punkte das war es schon hu hu ach guck mal hier das ist sleeping bag für 3 genau das wollte ich auch nochmal erlernen so wunderbar ach können wir sogar herstellen hide haben wir genug dabei ich warfte mal das neue Oberteil gibt wahrscheinlich ein paar EP mehr ok 1,2 gab doch nicht ein paar EP mehr ja sieht schon deutlich schicker aus gefällt mir wir könnten noch einen Pfeil herstellen damit müssen wir uns eindecken wenn wir da mal los machen was brauchen wir denn hierfür für dieses kleine crop plot für diese kleine an pflanzecke 20 wood tätsch ein bisschen schon ganz schön viel muss ich sagen für so ein kleines Beet vielleicht ist es auch größer als ich gerade denke aber sieht halt so klein aus ja und davon bräuchten wir auch noch ein bisschen was na gut machen wir beim nächsten mal ich beende jetzt die Folge hier einfach mal ich gucke hier nochmal rein damit wir gleich nochmal was futtern können die davon noch ein paar und dann sind wir wieder voll wunderbar ok machen wir beim nächsten mal hier weiter ich bedanke mich fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen Tag haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao